ja und damit willkommen zurück zu einer neuen aufnahme session von minecraft wir haben schon die ganze zeit im hintergrund unseren kleinen ja unseren schlachter wie soll man es denn anders nennen warum warum glitzer ich was habe ich genommen warum habe ich flügel warum habe ich flügel habe ich diese flügel her was ist das warum habe ich die screenshot gemacht mit was kann man auch mal warum habe ich fucking drachenflügel man sieht ja den gürtel sogar wie cool ist das denn warum habe ich ist das weihnachtsspecial und bin ich einfach doof hat auf mich wegzuschubsen ich bin ich bin verwirrt aber es war doch letztens noch gar nicht what the fuck ach so ich kann ja hochgehen und als ich weiß ich hab jetzt keine ahnung mehr wo wir jetzt verstehen geblieben sind ich glaube den boden wollte ich machen also die wege warte ich kann hier mitnehmen dann können wir die wieder in ihren tod locken ich weiß das klingt barbarisch aber es hilft ja ja okay weihnachten alles klar das sind die kisten wieder geschenke und okay es ist weihnachten also jetzt gerade jetzt wo die folge rauskommt natürlich nicht mehr das ist ende januar aber hier bei mir jetzt wo ich aufnehmen ist weihnachten wir haben den 25 dezember ich bin ja schon am vorproduzieren für die prüfung und bin mit mein kopf das quasi fertig mit vor produzieren wo ich sehr stolz auf mich bin dass ich das dieses jahr sowieso easy geschafft habe jetzt kann ich mich dann auf die anderen spiele konzentrieren die kommen die vor produzieren muss und ja habt das dann hoffentlich easier als beim letzten mal als ich vor produziert er vor produzieren musste so was haben wir denn hier 1800 wir haben kein eimer drin zack das heißt wir können direkt wieder einen schleim killen der ist eine halbe ewigkeit braucht um zu spawnen dann können wir vielleicht auch mal ein oder zwei laser drills machen und vielleicht fangen wir dann heute tatsächlich mit energie an die wir dann quasi solarenergie oben aufs ding packen wo wir auch mal gucken könnten vor holt nie der schleim ist da moment dass der schleim ist da jawohl direkt zwei okay easy easy pho-to-voltaik simple photoultaik sellt sell genau Dafür brauche ich die Photovoltaik Plate. Dafür brauche ich einen Eloy Smelter. Da habe ich Silicone, Lapislazi, Powder und Pulverized Cold Dust. Oh mein Gott, das heißt, wir brauchen auch einen Pulverizer dafür, ne? Kommt man da eins, oder? Man braucht drei dafür, um eins rauszukriegen. Echt, jetzt? Das habe ich gern, sowas. Aber für Lapis müssen wir auch erstmal wieder runter in die Höhle. Das heißt, ich mache jetzt quasi die Taschen leeren, wir gehen mal runter in die Höhle. Habe ich hier eigentlich schon... Ich habe jetzt alles Gemüse, das es gibt, ne? Genau, die Bäume, da kommen dann noch einige. Dann packe ich die Blümchen, die ich habe. Ach, ich habe da noch keine... Ich habe da noch keine Schränke. Wie ist das denn passiert? Ich habe das jetzt mal mit den Wegen angefangen, ne? Haben wir hier noch... Ah... Stimmt, da in die Mitte könnte ich dann Leafs noch packen, oder? Aber jetzt erstmal, wo sind denn die... Äh... Die Schränke? Basic Draws da. Ich habe schon wieder den Ding nicht rein. Okay. Das müsste ja auch alles von oben gehen, ne? Das heißt quasi, wenn ich da einen... Durch die Wand durch einen... Dinger packe, dann müsste er auch automatisch sortieren können. Versuchen wir jetzt gleich mal. Äh... Habe ich noch die... Die... Die Trims drin? Ne. Wo habe ich denn die Trims? Oaktrims. Oaktrims. Achso, ach stimmt, da habe ich letztes Mal gepflanzt, ne? Wollte ich gerade fragen, warum steht da jetzt ein Baum? Aber der Baum ist gerade ein bisschen hinderlich. Habe ich hier noch Oaktrims? Nee. Wer auch nicht. Aber ich habe nicht alle verbraten, warum habe ich die denn nicht hier? Habe ich die hier da drüben? Nein. Warum habe ich keine Oaktrims mehr? Der Baum steht hier blöd. Ähm... Wo habe ich die hin? Habe ich die runter? Ich hatte doch da safe noch welche. Oaktrim. Einmal 64. Ja, siehste. Passt doch. Ähm... Ich packe mal meinen Schleim schon mal hier rein. Wie viel habe ich denn da schon? Pink Slime 9 jetzt. Äh... Vier brauche ich pro dringend. Ich brauche dreimal vier. Ich brauche noch drei. Dann können wir es komplett machen. Sodeli. Die sind ja alle mit dem verbunden, ne? Das heißt... Ich mache das quasi jetzt... Wenn ich da runter gehe, müsste ich ja irgendwann... Genau. Dahin kommen. Genau. Jawohl. Dann kommen hier die Oaktrims... Äh... Hier hinten die Oaktrims hin. Weil... Hier nicht. Also... Ich habe hier schon einen... Ich packe sie mal hier hin. Wobei hier eigentlich noch nicht... Ich brauche noch mal einen Ziegel. Hier... Dann hier den Oaktrim. Hoch, hoch. Dann hier den Oaktrim. Da mache ich mit Erde zu. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Oh, nicht. Dein Ernst, dass ich das echt mit Drawn jetzt gemacht habe, anstatt mit dem Trim. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Okay. Okay, wir buddeln wieder runter. Ach... Verdammt. So... Jetzt noch mal. Oaktrim. Genau, und hier können wir dann hoch mit Erde. Zack. So, das testen wir jetzt mal. Hier ist jetzt der Trim oben. Hier kommt weg. Das ist wieder der Trim. Ich brauche aber die Basic Drawer. So. Trim. Die kommen eigentlich wunderbar in die Ecke. Drawer. 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 Ja, genau. Das wollte ich. So, da laden wir mal. Weil es gibt einige Blumen. Dementsprechend. Und wir wollten hier ja auch Farbe und so reinmachen. Dementsprechend packe ich jetzt mal eine davon rein. Gehen. Gehe hoch. Und schau, ob es noch so weit geht. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich kann die ganzen Blümchen da jetzt reinpacken. Unten. Jetzt müssen wir uns schon mal anfangen, weil ich habe noch nicht alles mit. Hoppala. Mit Dingen ausgestattet. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. Mit Drawer, so heißen die Teile. Ich habe meine Wortfindungsstörung. Und schlafen. Und schlafen. So. Dann packen wir die Blümchen mal da rein. Aber warte, ich hole mir noch die restlichen Basic Draw, die ich da noch drin habe. Zahl 64. Jawoll. Passt. So. Und dann tun wir nochmal Feld abernten und schauen, dass wir da ein paar wieder Essen ein bisschen runterkriegen. Zu den Tieren, damit sich die wir weiter vermehren. Damit wir endlich mal unseren Laser Drill fertig kriegen. So. Blume. 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 Das war es schon an Blumen. Ähm, wo sind die Drawer? Da, basic Drawer einmal zwei. Es wird hier leider immer rukeliger werden, durch die Drawer. Einfach weil die unglaublich viel Leistung fressen. Aber sie sind halt auch mega praktisch, ne? Vor allem sind sie auch mega schön, weil sie das Bild immer anzeigen. Und mit gut Glück reichen sie uns sogar. Das heißt, wir müssen keine neuen machen. Jetzt habe ich hier... ...nochmal 64. Easy. Sie können da so durchgehen. Jawohl. Das heißt, wir haben unseren tollen Blumenraum fertig. Das wiederum heißt, wir können die Kisten draußen leer machen. Yes. So. Mein Mikrofon kurz wieder anders hinstellen. Okay, jetzt da haben wir doch einen Haufen Blümchen. Das gebe ich aber erst kurz runter in den Keller und packe da mal alles rein, weil jetzt haben wir das Fokus auf einsortieren. Und dann gehen wir runter in die Höhle. Holen wir uns da ein bisschen Lapis. Dann schauen wir, dass wir ein bisschen Energie herkriegen. Bei dem Ganzen. Okay. Jetzt gehen wir mit... Achso, ich habe natürlich die Basic Draw jetzt hier. Was ist da eigentlich drin? Was bist du denn? Nickelore. Warum habe ich da einmal Nickelore? Weiß keiner. Alles klar. Damit ich weiß, was da drin ist. Die ganzen Sachen hier. Der Aufen. Bzw. der Frenenze. Frenenze. Dann hier. Die Apriere. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Bucket gehört eigentlich runter. Da habe ich Oakwood Planks drin. Das heißt, dass ich hier keinen Platz mehr habe. Ach, war 64. Jawohl. Ja, dann gehe ich einfach hier hin. Nether Ward. Hatte ich eine Nether Ward nicht hier? Oder habe ich die auch drüben bei den Samen? Ich weiß es nicht mehr. Die Schere kann auch wieder hier rein. Zack. Oh, nee, zack. So. Blümchen. Ganz viel. So. Ab nach da unten. Zack. Zack. Nether Ward gehört aber eigentlich oben hin. Grape Seeds. Das sind halt Rustique Sachen, ne? Mystical Red Flower. Das sind so Botanias Sachen. Botanias könnte ich da drüben hinpacken. Habe ich hier schon irgendwas Botaniamäßig drin? Ne, ich glaube nicht. Du kannst auch nicht hier hin. Wo mache ich eigentlich die... Boah. Dass er noch wieder Seeds. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume, Blume. Mach ich die Leaves da hinten hin? Rustique Sachen. Keine Ahnung, wo ich die Rustique Sachen hinpacken soll. Pack ich die in die Mitte rein? So, hier. Rustique. Ah, die Small Lily-Dinger habe ich jetzt doch wirklich mit runter. Och, leck mich. Ich kann nicht reden. Okay, das ist leider alles voll. Ich packe die Nether Ward mal da oben rein. Ist ja nicht schlimm, wenn da oben dann mal ein Ding frei ist. So, die Cinderpill. Da. Das sind Flowering Oak Saplings. Die gehören runter. Also in unseren eigentlichen Keller. Und die Kiste ist damit schon mal leer. Okay. Ich werde nicht alle... Mein Bauch juckt. Äh. Nicht alle Saplings unterkriegen. Da drin. Ah, lol, doch. Kriege ich sogar. Ähm. Ja, die Jarkoel gehört hier nicht rein. Spider-Eye auch nicht. Aber keine Ahnung, wo das hinkommt. Zack. Keine Ahnung, für was ich dieses Spider-Eye brauche. Spider. Wofür braucht man dich? Für den Scanner? Death Generator. Fermented Spider-Eye. Aha. Protein Generator. Okay. Kiste. Habe ich keine mehr. Hm. Das ist traurig. Ähm. Berry ist bei Joom so plenty. Ist doch dasselbe. Nein. Dann, das Fermented Spider-Ding kommt jetzt auch mal hier hin. Those Eyes. Wo wollte ich die Leaves doch mal hinpacken? Auch runter, ne? Oh Mann, warum habe ich denn so viel Zeug? Aber ich glaube, das war die vollste Kiste, ne? Es kommt dann hauptsächlich nur noch... Holz, glaube ich. Irgendwelche Planks oder so. So. Ist noch eins weiter? So. Jetzt gehen wir rüber. Schauen wir mal, ob wir da alles wegkriegen. Ich bin auch kurz davor drüben, bei den... ...in der Schmiede da auch nochmal Oak Trims reinzuschmeißen. Einfach damit wir das überall einfacher haben. So, rein mit euch allen. Okay. Jetzt kann es runtergehen. Zack. Wir brauchen hier unten noch ein bisschen mehr Licht. Flowering Oak Leaves kommen da hinten hin. Farben. Na, jetzt wird es interessant. Und packen wir die Farben mal hier hin. Das ist auch noch eine Farbe. Was ist das? Ach, Crafting Tool Zeug. So, Botania kommt da drüben rein. Zack. Zack. Keine mehr.